So, alles klar. Rotte 1 ist gestartet. 1 Rakete von mir. 2 Rakete. 3 Rakete. Hier Rottenführer, Rotte 1. Mein Motor hat gerade einen Geist aufgegeben. Ich joine neu. Ja, verstanden. Achtung voraus, hier liegt eine Maschine direkt vor uns. 1 Solo. 1 Solo. 0, 9 Atra. 3 Solo. 1 Positionslichter an. 1, 2. 1, 2. So, ich bin 240 Grad etwa. Steigend auf gleich 800 Meter. Meldet bitte, wenn ihr dran seid. Ja, ich bin drunter. 3 ist dran. Hab dich wahrscheinlich schon überschossen. Unter dir. Okay, bitte zu mir aufschließen. Lichte es an von mir. Ja, ich hab schon nur 0,8, 0,7. Okay. Ich hab einen besonderen Sprit heute. Ich seh, ich seh natürlich jetzt, ja, da seh ich jemanden, wer auch immer das ist. Thomas, singst du wieder? Äh, ich geh in Levelflug, ähm, 0,9 Atta, Richtung 240 Grad etwa. Na ja, da bist du. Ich hab die wieder. So, Rotte 1, ähm, Rotte 2 und Rotte 1, äh, wir sind, äh, auf Zielkurs Richtung 240 Grad bitte, bitte anschließen. Rotte 1, äh, Rotte 1, äh, wir sind gerade beim Start. Rotte 2, verstanden. Wir gehen hier über den Rhein, ähm, ähm, machen wir einen Vollkreis. Meldet, wenn ihr dran seid. 2 ist dran. Das galt, ähm, Rotte 1. Rotte 1, ist das so aufgenommen worden? Achtung, über die Seite... Rotte 1, verstanden. Äh, ich mach jetzt hier, ähm, links. Wir drehen hier jetzt über links, bis, äh, Rotte 1 aufgeschlossen ist. Äh, Rotte 2 an Rotte 3. Achtung, Gritt 28, 29 ist so ein Angriff. Ähm, bitte mal prüfen, ob ihr da, äh, hinbekommen könnt. Ja, sind schon unterwegs. Verstanden. Wir sind hier Rotte 1 an Rotte 2. Wir sind jetzt in Platzrunde und gehen auf Kurs, versuchen Anschluss zu euch zu verlieren. Ja, Viktor, wie gesagt, Abflug, Abflug Richtung, äh, 240 Grad, äh, vorm Flugfeld. Wir drehen über den Rhein, äh, linksbindig auf 800, 900 Meter. Verstanden. Abflug Richtung, äh, 240 Grad ab Platz. Wir haben euch. Ihr seid in Sichtweite. Komm ran. Ja, Viktor. Bis zum nächsten Mal. Hier Rotte 1 und Rotte 2, wir haben Anschluss, wir sind genau bei euch, wir setzen uns jetzt über euch, Ende. Ja, Viktor, verstanden, Rotte 2 geht jetzt auf Teamkurs. Achtung, Löffler aus, geh auf Levelpress Richtung ca. 200 bis 20 Grad, 09 Ata. Sag mal deine Reise an, weil ich habe vier kleine Bomben drunter. 400, alles klar. 3 hat aufgeschlossen. So, Rotte 2 an Rotte 1. Sobald wir über dem Zielgebiet sind, keine Jäger hier erkennbar sind, dann schließt ihr bitte zu Rotte 1 auf. Und unterstützt Rotte 3 bei der Bekämpfung der Bombe. Ich wiederhole, wenn ihr ein Zielgebiet seid, keine Gegner da sind, melden wir uns ab und fliegen zur Rotte 3. So korrekt. Rotte 1 an Rotte 3, eure momentane Position auf Karte? 2, 5, 2, 5, 2, 5, Luftkampf. Viktor 2, 5, 2, 5. átung, ihr bekommt Flagg, der erste hat schwere Flaggen voraus. Tom, Zielgebiet rechts unter uns Ja, erkannt Achtung Frank, du gehst zuerst rein Als zweites Blaubeer, als drittes gehe ich rein Ist das euer Ziel, die schwere Flakke? Greift ihr das an? Ja Rotte 1 Jetzt von uns lösen Und Rotte 3 unterstützen Wektor, wir lösen uns Rotte 2 geht rein Rotte 1 an Rotte 3 Gebt doch mal eure Hallo an Im Luftkampf Ja, daneben 3000 Mittlerweile 24, 24 Vektor 24, 24 Ok, auch daneben geworfen Das sieht aus Keine Schäden am Zielgebiet, korrekt? Aber Schäden am Fahrzeug Ok, ich bin rechtsdrehend über dem Zielgebiet Wie ist euer Status? Orange, ich habe einen Motorschaden, ich verliere Öl, Frontscheibe voller Öl Alles klar Ich auch Ok, dann fliegen wir zurück Ich strebe Lisa, bin auf Höhe 1100 Ich habe noch Beweuchtung an Müssen wir den Bunker attackieren oder die Flak? Alles was hier an Gebäuden dasteht, müssen angegriffen werden Oh, Scheiße Hier noch schwere Einbrecher, wer ist das? Ich bin tot Alles klar Vortreffer Tom Also ich bin jetzt bei 2623 Numpad 7 Und würde jetzt auf Ostkurs gehen Und versuchen Höhe zu machen Weil ich glaube nicht, dass ich es noch bis zum Heimatflughafen schaffe mit dem Motor Alles klar Ich bin bei 2623 Numpad 6 Numpad 3 Und fliege nach Asbach zurück Ja, ich gehe auch Und gehe und mache Höhe Wenn ihr es nicht packt, dann bitte bei Asbach neue Maschinen nehmen Mit neuen Bomben Dann machen wir das gerade nochmal Gut, dann bleibe ich da, ne? Genau Tranken, wie ist dein Status? Fliegst du noch? Immer noch orange Öltemperatur kurz vorm Rot Aber noch stabilter Bock Bin jetzt über Geelsdorf Ja, Victor Okay, da müsste es tatsächlich links von mir sein Ich kann dich aber nicht ausmachen Blaubert, du kannst schon wieder starten Ich gehe in Platzrunde über den Flugfeld Okay Okay Nein Und schaffe ich es noch? Motor ausgefallen? Ja, Victor Mach eine Bauchlandung ohne Fahrgestell am besten Was? Ja, wenn du mit Fahrgestell landest Dann ist die Gefahr da, dass du dich überschlägst So, da brauche ich erstmal kurz Wo ist denn hier Freisfeld? Ich glaube, da unten war Freisfeld Ach, ich muss ja noch mal auf unsere Seite rüber segeln, ne? Auf deutsche Seite, damit es nicht alles gefangen zählt Hier Rotte 1 an Rotte 3 Wir befinden uns jetzt gerade zwischen Zülpig und Euskirchen In 23, 23, 2 23, 22 bin ich jetzt in Numpet 6 So, Zülpanzerland Blaubert Ich komme dir jetzt entgegen Achtung, wir haben Luftkampf unter uns Wir sehen euch In der Falle 5 Ja, ich bin auf deiner 10 Uhr In etwa jetzt Die Zeit bis man wieder nicht Gleiche Höhe Jetzt auf deiner 9 Uhr Bitte bei mir auch aufschieben Die Zeit bis man wieder nicht Ne, ne? Freunde, wir haben dich gehört Okay So, drei Rakete Ich muss nach Hause flüchten Ich habe Fleck Okay, Frank Wir sind direkt über den Platz Ich zieh dich So, du Das sind bei 1300 Pflege auf 240 Grad ab Du übernimmst die Führung Wir kommen zu dir runter und schließen uns an Ja, steig auf Hado 1000 hoch Ja, ich steig auf Hado 1000 hoch Da wird Blaubert dranbleiben Treffer, Herr Baradas Sehr schön Feindfeuer erkannt Ja, Feindfeuer erkannt Aber noch nicht die Festung Ich sehe die Flagge, aber nicht die Festung Hier Rotte 1 Wir sind jetzt am Flak Festung erkannt Auf weitere Aufgaben Welchen Platz? Asbach Wir sind in Asbach gelandet Also sind jetzt in Asbach starten neu Wir haben an Nähe von der Frontlinie eine Bauchlandung gemacht Beide Okay, kein Flakfeuer Ihr könnt euch Zeit lassen Geordnet anfliegen Bomben raus Ricardus Okay Das war gut gezielt Das war Hast du gut ausgesehen Ah, ganz knapp daneben Flakfeuer Ich gehe auf die Flak Soll ich mit auf die Flak gehen? Ja, kannst du machen Ach, das war so knapp Eine Flak zerstört Also Rotte 3 ist auf dem Flugplatz von Bonn Und starten gleich Ja, das hat auch sehr gut ausgesehen hier Perfekt Wir mussten nämlich hier landen Rotte 2 an Rotte 1 Bitte Bomben nehmen jetzt Komm nochmal was Rotte 2 an Rotte 1 Neu mit Bomben ausstatten Und auf das Zielgebiet gehen Wir brauchen hier Unterstützung Bei der Zerstörung von der Fabrik Von den Bunkernsagen Was machen wir jetzt? Alles klar Rotte 1 Wir versuchen jetzt die Flak zu knacken Eine ist geknackt Tom hat auch eine Ich sehe gerade keine schießen Alle Flak Stellung Momentan ausgeschaltet Ein Bodenziel vernichtet Sehr gut Wir fliegen Beschlossen zurück Und nehmen uns alle noch einmal Falsch Flak ist noch aktiv Eine ist noch Da wo es geknallt hat Eine ist noch Ich gehe rein Flugplatz Bonn wird angegriffen Ja Ja getroffen Statusänderung Achtung Flugplatz Bonn wird angegriffen Schafft ihr das alleine Bei Bonn? Zurzeit wohl nur eine Thunderbolt Ja Schafft Okay Dann lasse ich ab Und starte dann Richtung Nettersheim Alles klar Okay An Rotte 2 Bitte bei mir sammeln Ich übernehme bitte die Führung Positionskichterstellen an Ich gehe auf Rückpress Höhe 700 Meter Richtung 45 Grad etwa Höhe 700 Meter Bitte aufschließen Vektor Ich bin dran Hallo 10 Bei dir Rotte 2 An Rotte 1 Wie gesagt Bomben Mit Bomben ausrüsten Und auf die Fabrik gehen Wir fliegen jetzt zurück Mono 10 Und nehmen uns ebenfalls neu auf Die Fabrik sind die Bunkeranlagen Ja Wo wir vorhin waren Ja Korrekt Die Flugstellungen hier in der Umgebung Sollten ausgeschaltet sein Also ihr könnt euch Zeit und Muse nehmen Die Stellung richtig zu treffen Verstanden 3 an 1 1 Deine Position Ich bin auf 25 23 Numpad 3 25 23 Numpad 6 Korrigiere jetzt auf Ca. 60 Grad Eure Hallo Hallo 500 Ach du Scheiße Seid tief Alles klar Ich versuche euch zu finden Ja Neue Position Ja Position 25 23 Numpad 6 Ich sehe euch über dem Wald Ich habe euch Ja Victor So Hier nochmal Puppe 2 An alle Nur nochmal Zur Erinnerung Der Punktezähler Zählt nur dann Die volle Punktzahl Wenn ihr erfolgreich Auf dem eigenen Flugfeld Wieder zurückbekommen seid Dann werden die volle Punkte Angerechnet Ob das Luftabschüsse sind Oder Bodenzerstörungen Im Moment Haben wir erst 30 Punkte In etwa Von 200 Geschafft Also wir müssen Noch ein bisschen Besser In der Leistung Wir Arbeiten Ja Verstehen Victor Korrigiere Wir haben 50 Punkte Geschafft Von Ja 200 Auf 150 Runde Also Es werden Noch 150 Punkte Ja Es kamen Gerade Einige Punkte Dazu Weil Eule Gerade Eben Gelandet Oh 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 1 1 1 1 3 Gib mal Gas Dass wir aus dem Flak Feuer rauskommen Alles klar, 1, 2 Atta. 1, Kongo. 3, Kongo. Ah, 3 macht einen Überflug, ich war zu schnell. Ok, ich habe auch nochmal 25 Punkte dazu beigetragen. Also ermeldet mal eure Punkte, die ihr gemacht habt. Das steht oben, wenn ihr Mission beenden geklickt habt, steht hier eine Anzahl. Ja, ich weiß ja nicht, was das ist. Ach so, Tod durch Gefangennahme. Waffen 1. Und, Ergebnis? Ein Maschinengewehr habe ich umgebracht und habe einen Punkt dafür gekriegt. Immerhin. Also, einen Punkt, ok. Ok, normalen Motor aus, um die volle Punktzahl zu kriegen? Nein, du kannst einfach Escape drücken und Mission beenden sagen. So, durchstarten. Und Gefangennahme wird abgezogen worden. Wahrscheinlich muss man da was mit ins Grab geben. Durchstarten, Tom? Alle bereit, wir stehen wieder da, korrekt? Ja, 3 bereit. 3 bereit, alle Bombenkunde, korrekt? Alles klar, 1 Rakete. 2 Rakete. 3 Rakete. 2 Solo. 1 übernimmt Führung, Lichter an. 3 Solo. Da führt ihr den Angriff durch, ich rücke das. Ja, wir haben hier gerade Rotte 2 passiert mit kleinen Bomben drunter. Wer war das? Ich? Alles klar, meine Bombe hat nicht ausgewiesen aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. So, der nächste muss jetzt auch nochmal gut sitzen. Rotte 1 an Schwabführer. Sollen wir zurückkehren oder sollen wir hier bei Rotte 2 bleiben, die das Bodenziel noch zerstören? Seid ihr jetzt hier alle noch über dem Zielgebiet? Ich bin über dem Zielgebiet. Hallo, 12. Nettersheim, genau. Okay, dann bleiben wir hier geschlossen zusammen. Aber ich glaube, wenn die Weichenziele in Nettersheim zerstört sind, dann war es das. Oder müssen die Bunkeranlagen auch zerstört werden? Ich glaube, es muss alles zerstört werden, sonst würde da so ein Kreuz auf der Karte stehen. Rotte 2 an Rotte 1. Poses ausmachen. Ihr schließt euch jetzt bitte mir an. Meine Poses sind Atem. Ich bin hinter euch auf 6 Uhr. Rotte 2 intern. Alle Bomben sind raus. Ist das okay? Nein, ich habe noch einen Anflug. Ich habe noch zwei Stück drunter. Alles klar. Okay, dann... Nimm mal zwei Bomben weg. Bomben raus. Daneben. Daneben, okay. Wie klar. So. Zupf, ich lande dann aber und klinge mich dann aus. Ja, wie klar. stopf, ich lege nicht zu. Deine, wie. Okay, ich kann okay. Ich kann okay. Okay. Das war, ich lais, die mir nicht zu. Ja, ich hab. Okay? Ja? Okay, Route 3 gelandet. Route 1 im Endteil.